Hallo Leute, da sind wir wieder. Und diesmal endlich auf dem zweiten Tag. Jetzt haben wir unser erstes Announcement von Tom Look. Ich vermisse das so ein bisschen. Also ich mag Melinda sehr gerne, aber ich finde es schon ganz schön, wenn Tom Look uns auch mal was sagt. Was hat er uns denn zu sagen? Ach du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Wir haben, glaube ich, irgendwas verpasst. Ich hatte gerade so ein bisschen Struggle, meine Switch vernünftig mit dem Dock zu verbinden. Anyway, hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut. Hm? Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind. Also Ohren auf, ja ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Lilac Bay ist eröffnet. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder eine lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist noch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt, ja ja. Und wie auch das Service Center ist der Flughafen. Ebenfalls 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Machen wir. Irgendwann. Oh, und es gibt noch einen weiteren. Wie heißt es so schön? Knüller. Super melden. Lasst uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Lilac Bay willkommen heißen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aus irgendeinem Grund dachte ich, wenn ich halt seinen Zeltplatz Gedöns hierhin stelle, dass am nächsten Tag erst noch gebaut wird. Why ever? Und erst den Tag darauf kommt. Aber er ist jetzt schon da. Eugen. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel. Ob gegenwärtig oder prähistorisch. Und ich interessiere mich für Eugen. Wer ihm helfen möchte, melde sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Und ich freue mich über ihn. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Lilac Bay. Dankeschön. Und wir haben ein Haus. Wir haben endlich ein Haus. Und Post. Mama. Oh. Mein lieber Mint. Wie geht es dir in deiner neuen Heimat? Isst du auch ordentlich? Falls ja, putzt du dir danach immer die Zähne? Oh je. Lass dich von mir nicht stressen. Und genieße das beigelegte Andenken an uns. PS. Kann man auch anpflanzen. Mama. Oh, sie gibt mir Früchte, right? Bin gespannt. Ah. Unsere Bestellungen sind auch da. Die Akademie? Mhm. Erstmal Mama-Brief favorisieren. So. Welche Frucht gibt uns Mama? Wir sicher. Ich liebe dich, Mama. I would die for you, Mama. Wir kriegen ja hoffentlich heute die Anleitung für die Schaufel. Dann können wir ja hoffentlich die Versichbäume pflanzen. Sofort den Hosenrock anziehen. Cute. Ich weiß, es ist Winter, aber ich mag die Jeans nicht. Die Jeans ist nicht mein Freund. Gartenlaterne? Mhm. Und das? Holznachttisch. Dankeschön. So, die hübsche kleine neue Lampe, die wir haben, die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Und schaut, wie wunderschön leer mein Inventory ist. Da haben wir Lampe. Und als allererstes. Guten Morgen, my love. Guten Morgen, Weiwei. Gehörst du heute auch zu den Frühaufstehern? I guess. Lass dich von mir nicht stören. Ich sorge auf Lilac Bay für Frieden und jogge natürlich Patrouille. Dankeschön, mein Schatz. Ist sehr lieb von dir. Oh, guck mal, unser Bäumchen. Unser Bäumchen ist ein bisschen gewachsen. Schön. Hallo. Schlepp? Yes, schlepp. Mint. Alles Gute zum neuen Eigenheim. Da tun sich plötzlich unzählige neue Möglichkeiten im Leben auf. Zum Beispiel schöne Möbel. Klar, die könnte man sich zur Not auch selbst basteln. Er will mir was verkaufen. Aber weißt du, Nookshopping ist in puncto Möbel nicht zu beachten. Schau doch mal, was es da so gibt. Es kann so etwas dauern, bis die guten Stücke da sind. Dafür gibt es jeden Tag neue Artikel zu entdecken. Auch richtig exklusive Sachen, die man sonst auf der Insel nie und nimmer bekommen würde. Über das Nookportal bla bla ja ja. Guten Morgen, Philippa. Hat wer was angestellt oder was treibt dich her, Pieks? Hallo? Nullpeilung, warum ich Nachteule schon so früh wach bin? Ich schiebs knallhart auf den Jetlag, Pieks. Warum ist sie so? Man könnte auch anders sein. Ein Stein. Heute mache ich nicht den Fehler und versuche diese Steine mit irgendwelchen Möbeln zu kloppen. Heute warten wir, bis wir die Schaufel haben von Eugen. Gute Neuigkeiten für die Gruppengymnastik. Ah, guck mal an. That reminds me, bevor wir mit Eugen sprechen, sollten wir vielleicht an unserer täglichen Checkliste arbeiten. Zweifache Nuckmalenaufgaben, Gruppengymnastik, Gymnese gießen haben wir nicht. NPC-Aufgabe müssen wir schauen, ob einer da ist. Nucks Laden können wir was kaufen. Schneiderei nicht, Smirala auch nicht. Wir machen also zweifache Nuckmalen, Gruppengymnastik, NPC schauen wir und Nucks Laden einkaufen. Dann machen wir doch als allererstes die wunderbare Gruppengymnastik. Für das erste Mal. Ich frage mich, ob Eugen da auch schon dabei sein wird. Bin gespannt. Wird schwierig, weil ich die Musik jetzt auch nicht hören kann. Yay, geschafft. So, dann gucken wir doch mal, was unsere Aufgaben sind. Und zwar Pflanze, Obstbäume. Wenn ich die Schaufel heute bekomme, dann kann ich das tun. Insekten fangen kann ich. Das ja, wie gesagt, wenn ich die Schaufel bekomme. Wenn ich sie nicht bekomme, wird das pain. Schneeflocken fangen geht und Unkraut verkaufen. Das ist das erste Mal jetzt, dass wir die Verkaufsregeln ignorieren dürfen. Bei zweifachen Nuckmalen Achievements dürfen wir halt auch an den Nucks Laden oder eben in diesem Fall einfach Nepp verkaufen, wenn der passende NPC nicht da ist. So, da wir ihn dafür brauchen, gehen wir jetzt doch direkt zu Eugen und packen schon mal die Tiere ein, die wir ihm geben können. Und das Zelt ist so süß. Hallo, ich liebe dieses Zelt. Ich würde es so gern behalten, aber ich brauche das Museum. Uh, sehr erfreut, sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Ah, handelt es sich bei Ihnen etwa um Mint? Sie wählten den Standort dieses Zeltes? Ganz genau. Vortrefflich. Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zwecke werde ich mich langfristig hier einnisten. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. I would die for you. Ist das Museum erst erbaut, werde ich diese zusammen mit denen, die sie Tom Nook gaben, ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Bruder, wer gibt denn diese Baugenehmigung Tom Nook? Das soll ich nicht so anstellen. Leere Schaukästen sind nicht erwünscht. Es sähe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. Und wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Uh, wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Gib mir Walding Boat, gib mir Stab. Auf jedem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der verzüglichsten Fossilien. Oh ja. Oh ja. Das eine Loch, was mich so genervt hat. Mal sehen, ob es heute noch da ist. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Hm. Huh, mir kommt da eine Idee. Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment, bitte, Mint, während ich die Daten an ihren Nook von Übermittler. Gib mir deine Nummer, Baby. Wie sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Jep. Ereignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Huhu. Des Weiteren schickte ich ihnen die Anleitung für deine Schaufel, mit der sich Fossilien ausgraben lassen. Halleluja. Dankeschön. Erlauben sie mir also nun zu meinem Anliegen zu kommen. Mhm. Mit ihrem Altverständnis möchte ich sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Will do, Darling. Will do. Ach, du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Und ich liebe dich dafür. Baby, always tell me everything. Obwohl, hm, wenn ich die Tiere gebe, don't tell me everything. Worauf ich hinaus wollte, ist, um das Museum zu eröffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Jep. Nun, wenn sie ihre wertvollen Funde stiften würden, wäre ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher. Warum? Warum sieht er so horny aus? Look at him. Sir? Sir? This is a Wendy's. So, wir haben schon mal vier Tiere. Ich geb dir, ich geb dir ein Sch-, ein Sch-, ich stifte dir. Kadausche. Hilfe, ein Sackträger. Ja, da finde ich auch Hilfe. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch elf Funde, um das Museum eröffnen zu können. Unnötig zu erwähnen, dass ich weitere in ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. Huh. Natürlich, natürlich. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir, um eine Schaufel zu bauen und einen Sprungstab? Weichholz und Hartholz. Unsere gute alte Axt wird uns helfen. Dein Ernst. Unser armer Schneemann. Hallo, Schneemiel. Ich habe eine Riesenschneeflocke für dich. Viel Spaß damit. Was? Gib dir mir jeden Tag eine? Oh mein Gott, Dankeschön. Ich dachte, man kriegt immer nur einen, wenn man den baut. Schneemiel, ich liebe dich. Frische Axt für frisches Holz. Uh. Bruh. So, wir beten jetzt zu jedem Gott, den man sich vorstellen kann. Hat nichts gebracht. Yikes. Uh, hier ist unser Money Spot. Müssen wir uns merken. Bei Benjamins Haus ist der Money Spot. Okay. Ich sehe da was in der Luft. Ich sehe da was in der Luft. Kann ich das blind schießen? Nein. Ich kann es anscheinend nicht mal schießen, wenn ich sehe. Äh, hallo. Danke. Geld. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. Vielleicht sollte ich etwas Medizin bauen. Bauen vor allem. Ja, okay. Gehen wir gucken, wo haben wir denn hier Unkraut rumfliegen. Oh, da bauen wir erst einen Schneemann. Wir bauen erst mal einen Schneemann. Wir wieder all over the place. Aber so ist es halt. Ne, er müsste mit Leben. Keep rollin, 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 rollin. Keep rollin, 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 rollin. So, dich bauen wir hier hin. Rollin, 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 rollin. Keep rollin, 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 rollin. Ich hoffe, ich kriege die Ratio hin. Ich finde das so furchtbar schwer. Bitte, bitte, bitte. Ich bin perfekt. Yes, ey. Und wenn es halt stimmt, dann ist es auch keine Angeberei. Das habe ich nur dir zu verdanken. Ich lieb dich, Schneemiel. Sag mir doch schnell, wo das nächste Museum für Schneekunst ist, denn da gehöre ich hin. Oder ich bleibe hier und zeige den Leuten mal, wie eine perfekte Schneeskulptur aussieht. Bei deinen Fähigkeiten, was das Formen von Schnee angeht, fällt es einem schwer, cool zu bleiben. Jemand mit solchen Fähigkeiten verdient eine Bastelanleitung. Mal sehen. Ah, ich zeige dir, wie man ein Eisbett macht. Danke. Riesenschneeflocke. Also, at some point werden wir heute noch ein Schneebett basteln. Ich würde jetzt nur sehr gerne ein bisschen Unkraut haben. Da sind wir doch. Unkraut. Dann gucken wir doch mal, ob wir schon alles bauen können, was wir müssen. Schaufel. Da haben wir sie. Sprungstab. Da haben wir sie. Und wenn wir schon mal dabei sind? Gießkanne. Da haben wir sie. Und für mein Matschauge eine Medizin. Dann fehlt uns doch jetzt eigentlich nur noch die Leiter. Ich glaube, die Leiter bekommt man von Tom Nook später. Speaking of Tom Nook, gehen wir mal zu ihm und fragen ihn. Und weil wir jetzt immer mehr Hausbesitzer haben, bestimme ich dir zu. Wir brauchen einen Laden. There we go. Baumaterial müssen wir suchen. Ich hasse das so sehr. Ich hasse es nicht, aber es ist schon ziemlich anstrengend. Okay. Ich lese ADSH immer als ADHS. Die Akademie des schönen Hauses ist einfach ADHS für mich. Ach ja. Ach ja, mein Kredit. Ja, ist okay. Machen wir irgendwann noch. Ist jetzt noch nicht die Priorität, mein Schatz. Ach ja, wir bekommen ja ein Meilenticket. Das wird uns hoffentlich helfen darin, dass wir Eisen sammeln können. Schauen wir doch mal, was heute im Angebot ist. Wir müssen ja was kaufen. Aber erst erzählt er uns von seinem Plan mit dem Laden. Holz, Hartholz, Weichholz und Eisenerz. Jeweils 30 Stück. Die Holzsorten werden kein Problem. Das verdammte Eisenerz. Darf ich jetzt bitte was kaufen? Campingkochkessel, Campingkocher. Nee. Ich will da eigentlich von nix haben. Ich kaufe einfach schon mal irgendein Werkzeug, was wir eh nochmal brauchen werden. Dann haben wir unseren täglichen Einkauf getan. Und ich schaue auch mal direkt, ob ich was bestellen möchte. Oh ja, ich liebe die Pflaster. Die Pflaster sind so süß. Und Musik. Jeden Tag die Musik bestellen. Ein hübsches Herzbuket. Unser Geld schwindet, weil ich einfach alles kaufen möchte. Und da ist unser Beloved-Taucheranzug. Dann können wir morgen endlich nach Meerestieren tauchen. Süß. Was müssen wir jetzt nochmal alles machen? Obstbäume pflanzen. Also hole ich meine Pfirsiche. Insekten fangen. Felsen anstoßen. Schneeflocken fangen. Und Unkraut verkaufen. 20 Stück. Wie viel habe ich denn dabei? 13. Ich schaue mal am Strand, ob hier vielleicht... Uh, das wollte ich nicht suchen, aber das nehmen wir mit. An den glücklichen Finder. Mein Genie überrascht mich. Als ich neulich in meinem Tagebuch blätterte, fand ich diese Anleitung. Ich hätte sie behalten. Doch Eigenlob kann langweilig werden. Probier sie mal aus. Dein Bastelidol Berthold. Was gibt uns Berthold? Ein Gellerboden. Ist okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ich kann ja hier mal am Strand schauen, ob Gulliver hier irgendwo rumfliegt. Vor allem, da wir jetzt weiter exploren können. Jetzt sehe ich auch das erste Mal unser Dock. Und das ist so klein und süß. Und da oben ist ein Luftballon. Und ein Loch. Oh, und Insekten. Erstmal die Insekten. Die süßen kleinen Asseln. Plupp. Oho. Eine Ligia Exotica. Äh. Ist es... Nein, es ist noch da. Ich dachte, es wäre in diesem Meer an Weeds verschwunden. Ringelpulli. Ich probiere den mal an. Wir dürfen ihn ja eh nicht weitertragen. Ist ganz süß. Kann ich vielleicht wem anders schenken. So. Unser erstes Fossil. Tada. Ich sollte auch eigentlich weiter Fische fangen für Eugen. Aber irgendwie ist gerade everything is happening so much. Sü. Schneeflocke Nummer 1. Schneeflocke Nummer 2. Libelle Nummer 1, I guess. Wasserjungfer. Oh, dich haben wir doch schon, Schatz. Dich brauchen wir nicht. Habe ich aber noch Platz? Ein bisschen. Und Schneeflocke Nummer 3. Nummer 1 getan. Da ist es. Mein Feind. Das Loch, was mich geplagt hat. Ha, ha, ha. Jetzt bist du meins. Und noch eins. Ist hier irgendwo ein Stein. Da oben ist ein Stein. Da kann ich nicht hin. Ah, die Blumen habe ich. Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber I see. Ist hier am Strand irgendeiner? Habe nämlich schon wieder ganz vergessen, dass ich eigentlich nach Gulliver geguckt habe. Nope. Ein Stein, den wir noch nicht kennen. Und da wir jetzt endlich eine Schaufel haben, sollte das diesmal hoffentlich nicht so peinlich werden. Jetzt machen wir nämlich diesen kleinen Trick, womit es eigentlich klappen sollte, dass wir alle Spaces voll kriegen. There we go. 3 von 8 sind Eisen. Das ist schon echt gut. Und das war unser Nugmalen-Goal. Nummer 2 done. Ich gehe erstmal gucken, dass ich irgendwas gebe. Hi, Schatz. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gerne. Ich stifte dir was. Erstmal den Käfer. Das Schlimme zuerst, Schatz. Tut mir ja wirklich leid. Hier hast du einen Fossil. Unser allererstes. Alles für dich, mein Schatz. Alles. Ich stifte es. Sofort. Ich habe aber noch mehr für dich. Bin schon froh, wenn ich nicht mehr alles einzeln abgeben muss. Und noch eins. Wie viel fehlt dir denn noch? Noch 7 Funde. Das kriegen wir heute doch noch hin. Aber erstmal sollte ich vielleicht meine Taschen aufräumen, sonst bekomme ich da keine 7 Funde drin unter. So, wir verkaufen jetzt erstmal unsere Unkrautbüschel. 20 Stück. Nicht mehr und nicht weniger. Unkraut. Dafür können wir dir 200 Sternis anbieten. Abgemacht. Nummer 3. Dann. Jetzt müssen wir nur noch den Pfirsich einpflanzen und Insekten fangen. Kloppen wir doch nochmal den Stein hier. Das ist doch wunderbar. So, der nächste Stein. Nice, nice, nice. Hätte ein bisschen mehr Iron sein können, ne? So, wir haben schon 22 Hartholz. Das komplette Holz. 6 Weichholz und 9 Eisenerz. Ja, ein bisschen kritisch. Wenn wir schon mal hier sind, bauen wir doch auch einfach mal ein Eisbett. Das Eisbett brauche ich jetzt nicht unbedingt zum Dekorieren, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir das verkaufen, dass uns das so ein bisschen was bringen wird. Oh, es braucht gar nicht... Ah, doch. Oh, das braucht 10 Schneeflocken. Hoffentlich bringt uns das was zum Verkaufen. Da ist es. Und die Pfirsiche brauchen wir. Die wollen wir nämlich eingraben. Und wenn der Laden dann irgendwann auf hat, hoffentlich sehr bald, können wir die Pfirsiche dort auch schön verkaufen. So. Oh, was möchtest du? Hi, Philippa. Was möchtest du? Was geht? Ich habe mir zwitschern lassen, dass du Zeug für einen Laden organisierst. Schlaues Vögelchen. Ast rein. Lilac Bay könnte echt mehr Leute wie dich vertragen. Dankeschön. Ha, wenn die dich schon einspannen, Laden zu öffnen, kannst du das hier sicher gut gebrauchen. Uh, was hast du mir gegeben? Diese Anleitung für diese Schaufel stammt übrigens aus Alltagswerkzeuge A bis Z. Ist das eine richtige Schaufel? Die Quali von den Werkzeugen, die ich bisher daraus nachgebaut habe, ist schon ganz ordentlich. Falls dich die Schaufel überzeugt, kannst du dir ja überlegen, dir das Werk selbst zuzulegen, Piks. Ist das eine richtige Schaufel? Danke, Philippa. Ich habe jetzt gerade irgendwie Schaufelüberfluss, aber das ist was, womit sie recht hat. Ich glaube, 3000 Meilen müssen wir insgesamt zusammen haben, um die guten Werkzeuge zu kaufen. Und ich denke mal, das werden wir heute auch schaffen. Und die Pfirsichbäume pflanze ich direkt vor Resident Service. Nicht so, dass wir dann Tom Nook bei den Ansagen nicht mehr sehen, aber schon so in dieser generellen Area, ne? Nope. Das war nicht, wo ich hinwollte. Das war, wo ich hinwollte. Und wenn ich schon mal dabei bin, machen wir das hier auch direkt. 1000 Sternisack. Was man so alles ausgraben kann? Ist so. Auch eine Hardmode-Regel ist, dass man nur die 1000 Sterni wieder eingraben darf, die man rausgeholt hat. Das heißt, ich kann jetzt nicht mein komplettes Geld da reinpacken, damit es sich vermehrfacht. Ich kann leider nur das vergraben, was ich auch ausgegraben habe. Aber ich stelle diesen Baum woanders hin. Wo möchte ich den denn haben? Vielleicht hier direkt am Flughafen? Ja, stellen wir die doch mal. Ja, da kann er nicht hin, aber wir stellen ihn. Da will ich ihn auch nicht. Darf ich vielleicht mal ein Loch graben, was da ist, wo ich es möchte? Danke. Ich raste aus. So, jetzt aber bitte. Plopp, da ist er. Nummer 4. Done. Jetzt sind nur noch die Insekten dran. Und wir haben noch was bekommen. Ah, für den Obstbaum. You know, ich pflanze direkt auch mal einfach einen Apfel ein, damit wir dafür auch die Meilen bekommen. Kannst direkt hier hin. Da sind die Apfelmeilen. Es fehlen uns nur noch 20 Meilen. Bekommen wir die jetzt? Geldgräberstimmung. 300. Kaufen wir uns direkt die guten Werkzeugrezepte. A recipe for disaster. Ich hoffe, ich hatte recht und die sind wirklich 3000. Wäre jetzt peinlich, wenn ich mich verguckt hätte. Ah, es sind 3000. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich Werkzeuge herstellen, die nicht so schnell kaputt gehen. Das wird mein Leben verändern. Können wir davon dann auch schon direkt was machen? Ah, ich glaube, aber das verbraucht Eisen, ne? Mhm. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir noch nicht. Aber wir verkaufen mal unser Eisbett und hoffen, dass das jetzt nicht nur so 1500 Sternis oder so gibt. Das wäre nämlich echt tragisch. Ein Eisbett. Dafür können wir 9000. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich auch schon mal anfangen, meine Schulden zurückzuzahlen. Es kann halt sein, dass wir noch was kaufen müssen, aber ich zahle jetzt trotzdem erstmal glatte Summen. Alles über 1000 kommt da erstmal rein. Wir wollen nämlich nicht für immer die kleine Hütte haben. Oh, was kuschelt ihr denn? Ja, Benjamin? Hey, wie ich höre, sammelst du kräftig Material, um uns einen Laden zu bauen? Super, Mint. Ich habe da beim Joggen was gefunden, das du dafür vielleicht gebrauchen kannst. Hier, nimm. Junge, in dein Ernst? Aus dem Eisenerz wollte ich mir eigentlich eine Riesenhantel bauen, aber ein Laden ist sogar noch cooler. Sobald er steht, kaufe ich mir dann nämlich ein ganzes Riesenhantelset. Bye, bye. Junge, danke schön. Oh mein Gott, wie viel hast du mir gegeben? Ich glaube, der hat mir fünf Stück gegeben. Hi, 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 hi. Kissi, kissi. Ehrenmann des Jahres. So, dann hacken wir noch ein bisschen Holz und wenn wir Insekt finden, dann finden wir ein Insekt. Belastend. Jetzt muss ich jetzt mal wieder Steine von zu Hause holen. Und diese Libelle gehört mir. Yes, stay. Eh, was ist denn hier los? Da bauen wir, was denn? Da bauen wir alles auf einmal. Sie gibt mir Äste und Stein. Wackelkescher fertig. Wackelakst fertig. Ich würde halt schon gern die besseren Tools haben, aber mir ist echt wichtiger, dass ich schnell dieses dämliche Eisenerz zusammenkriege. Noch zwei Insekten. Und wie viel brauchen wir an Holz? Wir brauchen noch 23 Weichholz. Ich lerne es nie. Ich lerne es nie. Ich drücke jedes Mal zu spät. Ich weiß, es ist möglich, es zu schaffen, aber ich lerne es nie. Anyway, we soldier on. Und wenn wir nochmal gestochen werden, dann ist das halt so. We'll carry on. We'll carry on. And though you're dead and gone, believe me, your memory will carry on. Ich sehe, da ist ein Kohlweißling und den werde ich auch gleich fangen. Hoffentlich. Yay! Ein Kohlweißling für unsere kleine Armee. Uh, noch ein Käfer. Und meine Angst ist schon wieder kaputt. Ich raste aus, aber ich hole mir erstmal den Käfer. Wo ist er? No. Bam, ist er hier? Bam, wo hast du den Käfer hingetan? Bam! Da ist er. Ich habe einfach keine Augen. Sir, ist das dein Ernst? Bist du da jetzt echt in diesem Stein-Prison? Wo bist du? Junge, was? Aha. Libelle, please. Oh mein Gott. Bruder, es ist nicht... Reicht's dir mal? Apparently not. Oh mein Gott. Ich raste gleich aus. Noch eine Libelle. Was kann ich? Oh mein Gott, endlich. What the fuck war das, bitte? Habe ich es geschafft? Ich fange trotzdem noch eine. Ha, diese habe ich sofort gekriegt. Und Nummer 5. Done. Wir haben unsere Dailies durch. Oh, do we. Schau nochmal auf die Handy-Dandy-Liste. Wir haben die zweifachen Nuckmalen-Aufgaben. Die Gruppengymnastik. NPC. Ich habe, glaube ich, noch nicht den ganzen Strand abgegrast. Und den Einkauf bei Nucksladen haben wir auch gemacht. Das heißt, ich gucke jetzt nur noch nach den NPC. Und aus Prinzip fange ich diese blöde Libelle. Brauche wieder eine Axt. Da sollte ich mich vielleicht auch drum kümmern. Aber erst kümmere ich mich literally um alles andere, I guess. Wir stellen jetzt unsere ganzen Käfer, die nicht für Eugen sind, also alle, die wir im Moment haben, wieder zu unserer kleinen Armee. Das Doofe ist nur, das sind alles kleine Tiere. Das heißt, ich kann die nicht stapeln. Oh, da ist das eine große. Wir räumen auf. Wir räumen hier auf. Ich mache das alles hübsch. War das komplett unnötig? Ja. Anyway. Die Suche nach Gulliver geht weiter. Unsere Inselzunge ist richtig schön. Kein Gulliver, aber ein Geschenk. Ich denke, don't mind if I do. What are you? Bitte sei Eisenerz. Eine Jucca-Palme. Wir sehen alles. Süß, süß, süß. Du kommst in unser Haus. Und war hier nicht auch noch ein Loch? Da war ein Loch. Man sollte es vielleicht auch treffen. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und weil ich mein Auge nicht sehen mag, machen wir uns auch gleich noch Medizin. Braucht man drei oder fünf? It remains to be seen. Drei sind genug. Süß. Kleine süße Palme. Ich sollte vielleicht auch anfangen, die kleinen Freunde hier auszugraben, wenn ich es denn treffe. Wo ist es? Da unten. Oder? Ich habe heute Talent. Mann, so. Die Freunde muss ich ausgraben. Eine Teppichmuschel. Diese Teppichmuschel könnte man als Köder verwenden. Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Genau das. Ich will nämlich Köder für Fische machen, denn es fehlen uns, wenn ich dieses Fossil jetzt spende, nur noch sechs Tiere, meine ich. Beziehungsweise sechs Spenden, um das Museum freizuschalten. Und vielleicht schaffen wir das ja heute noch. Oh, ein Stück Geld. Der Köder ist fertig. Dann gehen wir doch mal angeln und hoffen, das wird was. Da ist doch direkt einer. Das war Cringe Fail. Oh komm, das siehst du doch. Ja. Aha. Oh, haben wir dich? Neu, du bist neu. Eine Klische. Ich verzichte mal auf klischeehafte Witze. Okay, also wieder ein paar Äste sammeln. Oder liegt sogar einer? Nehmen wir den doch direkt. Und ein Geschenk. Jetzt ist wieder Everything is happening so much. Wo bist du? Ah, da bist du. Top Lader Waschmaschine. Oh, du bist mint. Ich liebe dich. Kann ich dich bitte schließen? Yay. Das heißt, wenn wir unser Haus erweitern und ein Badezimmer machen, können wir auch direkt die Waschmaschine reinstellen. Das ist doch sehr nett. Jetzt haben wir wieder eine Angel und weiter geht's. Oh, wer bist du? Wir werden es nie erfahren, da ich es abgewürgt habe. Ich bin so unglaublich schlecht im Angeln in diesem Spiel. Normalerweise... Bruder, normalerweise angle ich mit Ton und schließe tatsächlich die Augen. Das ist aber ein großer Junge. Der große Junge sieht mich nicht. Also langsam ist es peinlich und sehr frustrierend. Komm, Fischi, Fischi. Wo war der jetzt, der kleine Spucker? Da war der kleine Spucker. Wir gehen mal rüber zum Dock und schmeißen da dann immer unsere Köder runter. Wir haben jetzt noch nicht so viele. Aber vielleicht kriegen wir da ja einen Tutfisch oder so. Ha, okay, noch geschafft. Na, dich haben wir schon. Oh, da ist ein kleiner Fischi. Hallo, kleiner Fischi. Ich weine gleich. Ich weine gleich tatsächlich. Ich hasse Angeln. Und den haben wir schon. Feeling very defeated in this Chili's tonight. I just want some stuff I can give to Eugen. Ja, okay, bitte. Oh, eine Makrele. Ja, dich hatten wir noch nicht. Bless. Du kommst zum Eugen-Stapel. Jetzt brauchen wir noch vier, glaube ich. Noch vier Fischis, die wir noch nicht hatten. Sind hier bitte irgendwo Fischis für mich? Fischi, melde dich. Man merkt, meine Energie lässt ein bisschen nach, weil das sehr frustrierend ist, dass ich so schlecht im Angeln bin. Aber ich bin determined, dass das heute noch was wird mit Eugen. Komm, Fischi, Fischi, komm. Ich denke mal, nächstes Mal werde ich gucken, dass ich wenigstens für mich den Ton anmache. Auf Kopfhörern. Ich mag es nicht so gerne, Kopfhörer zu tragen beim Recorden. Ich kann mich selber dann halt nicht so gut hören. Aber falls ich angeln muss, dann sollte ich das tun. Damit ich diese blöden Fische fangen kann. Yay. Okay, bitte sei neu. Bist du nicht. Okay, es sei dir verziehen, dass du nicht neu bist, weil du mir wenigstens Snuffmein gegeben hast. Haben wir den Stein hier schon abgegrast? Wenn nicht, dann tun wir das doch mal schnell. Haben wir nicht. Friendship restored mit Steine. Now Fischer are my enemies. Aha. Uh, ja. Ein Bitterling. Sei irgendwas nicht verbittert. Ich konnte es nicht sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal spenden, was wir haben. Oder vielleicht schießen wir auch erstmal das Geschenk da oben ab. Es scheint über dem Wasser zu sein. Ich mache den Fehler nicht nochmal. Da es, glaube ich, nur einmal Nugmal dafür gibt, ein Geschenk ins Wasser zu schießen. Ist es hier? Ja. Nice, nice, nice. Was ist denn da drin? Stoffhose. Die ist absolut hässlich. Ich werde sie nie wieder tragen. Wir gehen jetzt zu Eugen und geben ihm erstmal, was wir haben. Und dann gucken wir, was wir noch brauchen. Hi, Schatz. Erstmal etwas hier. Ein Dunkleos Theos. Gerne für dich. Für dich alles. Ich habe etwas. Fischi. Fischi für dich. Fischi Nummer 2. Und der letzte Fisch. Und wie viel fehlt uns jetzt noch? Noch 3 Funde. Komm, Leute, das kriegen wir hin. Wir kommen ja wohl an irgendwie 3 Fische. Sage ich. Angelloser. 3.000. Aber jetzt habe ich neuen Mut gefasst. Das wird was. Aha. Süß. Ah, das ist wieder ein Bitterling. Den haben wir schon. Aber jeder doppelte Fisch heißt Geld, wenn Lumeos kommt. Oh, das hat auch geklappt. Du bist leider ein Stint. Aber auch Geld, wenn Lumeos kommt. Noch ein kleiner. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Doppelter, aber egal. Ich bin ein Loser. Ich, ich. Hm. Nein. Einfach nein. Nein. Meine Confidence kommt und geht. Oh, Big Boy. Bist du ein Seebarsch? Da du jetzt nicht so klug bist und mich nicht so schnell siehst, glaube ich, bist du kein Seebarsch. Aha. Es ist ein... Ja. Eine Flunder. Okay. Dich hatten wir auch noch nicht. Wunderbar. Noch zwei. Wenn ich das jetzt aussprechen könnte. Ich Theologe? I guess. Warum tue ich das? Man könnte anders sein. Ich glaube, ich werde die meisten Fische, die ich nicht kriege, rausschneiden, weil das einfach so peinlich und so lang ist. Das möchte niemand sehen. Zumindest möchte ich es nicht zeigen. Aha. Noch ein Stint. Nein. Und meine Angel. Nein. Nein, 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 nein. Neuer Angel, neues Glück. Zwei Fischis. Wir brauchen zwei Fischis. Please. Bitte sei neu. Und bitte komm zu mir. Aha. Natürlich nicht. Aber die Teppichmuschel nehmen wir mit. Das ist nicht schlimm, dass das kaputt gegangen ist. Wir haben ja noch diese Wackelschaufel und dann noch die gnädige Spende von der richtigen Schaufel. Ist wahrscheinlich wieder eine Klische, aber wir haben Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Wisst ihr, ein Problem, das ich auch habe, ist einfach, dass die Verzögerung zwischen dem, was ich sehe und dem tatsächlichen Anbeißen des Fisches sowieso halt schon ein Problem ist. Das heißt, ich bin sehr trigger happy, weil ich ja immer anticipate, dass das Vieh schlangebissen hat, was gar nicht stimmt. Und, ähm, ja, das ist sehr blöd. Aha. Und es ist eine Makrele. Big Boy. Oh, das möchte ich nicht verkacken. Oh, wow. Ich könnte natürlich darauf warten, dass am nächsten Tag der Taucheranzug ankommt und dann einfach ins Meer springen und das wäre so easy. Then again. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die Meerestiere direkt spenden kann. Aber selbst wenn, ich möchte das heute schaffen, damit morgen das Museum in der Aufbaufase ist, damit es übermorgen dort ist. Hallo. Goodbye. Da ist ja jemand hinter mir versteckt. Oh, der ist da ganz unten. Komme ich an dich ran von hier aus? Ich möchte dich haben, aber ich möchte jetzt nicht rüberspringen. Na komm. Sehe dich zwar gerade nicht. Ja. Du guckst in die richtige Richtung, Fischi. Komm. Na komm. Komm her. Ich weiß, du kannst mich sehen. Komm schon. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ja. Ja. Du bist so nah. Bitte, bitte, bitte. I'm begging you. Ist das sein ganzer Ernst? Komm. Ist das sein Ernst? Das kann nicht sein. Du musst das doch sehen. Das ist doch nicht sein Ernst. Aha. Und ich vergack's. Ich stehe eine halbe Stunde hier und ich versuche diesen dämlichen Fisch zu kriegen und dann vergack ich's. Ich muss ruhig bleiben für Eugen. Ich muss ruhig bleiben für Eugen. Ach, okay. Okay, okay, okay. Nein. Ich muss jetzt mal hier die ganzen Viecher abstellen an unserem wunderschönen Haufen. Ich sollte vielleicht auch den Fisch- und Käferhaufen voneinander trennen, damit ich nicht durch alles durchgehen muss. Da kommen die Fische einfach mal hier hin. So sieht doch hübsch aus. Ich bin innerlich tot. Oh, was bist du? Eine Karausche. Hallo. Schön. Wunderbar. Uäh. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Aber der Fisch sieht mich. Und ich war zu langsam wegen der doofen Latenz. This is my descendant to madness. Als wäre ich nicht schon mentally ill genug. Leck mich doch. Ein Döbel. Bro. Bro. Ich werde hier einfach gemobbt. Mach jetzt nicht mal die Löcher zu. Es ist mir egal. Es bleibt jetzt so, wie es ist. Oh, dafür sind hier schön viele Teppichmuscheln. Okay. Long Boy. Oh. Oh, wer bist du? Ja. Ein Barsch. Abmarsch, Barsch. Wenn ich mich nicht irre. Okay, dann ist nur noch ein Fisch. A single Fisch. One Fisch to rule them all. Are you the Fisch? Come on. Du bist nicht der Fisch, den wir brauchen. You are not one Fisch to rule them all. Are you one Fisch to rule them all? Nein, du auch nicht. Are you the one we're looking for? Ja, ein Fluss Barsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Eugen. Ich habe was für dich. Ich hoffe ja jetzt so sehr, dass ich mich nicht irre. Das wäre dezent peinlich. Aber oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Hi, Darling. Ich habe was für dich. Was ganz Tolles. Möchte dir was stiften? Auf jeden. Erstmal die Flunder. Das ist eine Flunder. Da hast du Barsch und jetzt der Fluss Barsch. Hm, aber das bedeutet ja Hurra. Es ist geschafft. Wir haben nun die erforderliche Anzahl an Ausstellungsstücken. Bei meinem Federkleid. Ich bin für wahr sprachlos. Nie hätte ich gedacht, dass wir unser Ziel gleich an meinem ersten Tag auf dieser Insel erreichen würden. Ja, weil ich unglaublich cool bin und für dich gelitten habe. Okay? Alles für dich, Eugen. Weil ich dich so sehr liebe. Welch Großzügigkeit. Welch akademische Leidenschaft. Ich bin überwältigt hoch. Und steht der Baugenehmigung für ein richtiges Museum nichts mehr im Wege. Oh, du liebe Güte. Ich muss ja alles für die große Eröffnung vorbereiten. Es gibt ja so viel zu tun. Huhu. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Mit gerne, Baby. I did it all for you. For you, my love. All this suffering. Just for him. Because I love him. So ist das auch geschafft. Boy. Jetzt stellen wir erst mal das, was wir nicht brauchen, hier wieder ab. Und da ich jetzt einfach innerlich 50 Mal gestorben bin, beenden wir es damit für heute. Wir haben schon wieder einiges geschafft. Unsere Dailies natürlich. Wir haben fast alles für den Laden. Es fehlen nur noch 13 Weichholz und 15 Eisenerz. Wir haben die Museumsquest durch. Das heißt, es wird morgen unter Construction sein und übermorgen existieren. Und ich habe meinen Willen zu leben verloren. Vieles geschafft. Also, falls ihr mich weiter leiden sehen wollt, bei allem, was mir dieses Spiel sonst noch an den Hals wirft, liked und subscribt, kommentiert, lacht mich aus, weil ich schlecht im Angeln bin. I don't care. Es ist geschafft für heute. Ich bin selig. Und damit goodbye. Ich bin selig. sc contemplate.